Musik Einen schönen guten Tag, liebe Patienten, liebe Abonnenten, liebe Interessenten. Titel heute 16.02.22, Mittwoch 14 Uhr. Völliges Unverständnis. Liebe Freunde, wie ihr vielleicht mittlerweile mitbekommen habt, bin ich auf YouTube die sogenannte Persona non grata. Also vollkommen Ignoranz mir gegenüber. Immer die Wahrheit gesagt. Nie gelogen, nie verschworen. Ich habe dann mit großer Praxis, mit vielen Geimpften in meiner Praxis immer nur das gesagt, was mir aufgefallen ist. Das war teilweise kritisch und das war auch teilweise auffällig plus kritisch. Und teilweise natürlich so, dass das von den oberen Gewählten und von den sogenannten Fachleuten überhaupt nicht erwünscht war und deswegen vielleicht auch völliges Unverständnis gestoßen ist. Nur das völlige Unverständnis ist jetzt auf meiner Seite. Ich wurde gelöscht auf YouTube und soll auch keinen neuen Kanal aufmachen können. Ich hätte gegen die Community und Inhalte verstoßen. Ich hätte gegen WHO oder Behörden irgendwas gesagt. Habe ich auch. Aber nur das, was mir aufgefallen ist und das, was wahr ist, was mir meine Patienten berichtet haben. Und das ist mein gutes Recht, das jedem zugänglich zu machen. Und das ist nicht nur mein Recht, das ist auch meine sogenannte Aufklärungspflicht. Denn wenn ich das nicht mache, wenn ich die Patienten nicht aufkläre, mache ich mich eventuell gegenüber den Patienten strafbar. Die können dann nämlich mich verlangen. Ja, also auf YouTube ist Kritik nicht erwünscht. O-Ton, Professor Wieler damals. Ja, alles was die beschließen, soll man unkritisch hinnehmen. Es wäre nicht erlaubt. Ja, und, und, und. Das heißt, die Wahrheiten und die Praxiserfahrung und die Erfahrung mit den Patienten im Zusammenhang von SARS-CoV-2 sind nicht erwünscht, wenn man die öffentlich macht. Ja, da geht es nicht nur um die Gürtelrose, um die Gelenkbeschwerden, da geht es auch um die Quarantänepflicht bei Geimpften und, und, und. Und nach wie vor meckern die Geimpften wie die Rohrspatzen. Weil, was ich jetzt wieder, gestern und vorgestern in der Praxis hatte, Geimpfte müssen trotz Impfung und Boosterung täglich getestet werden. Und die Ungeimpften daneben auch. Jetzt sind die Ungeimpften negativ und die Geimpften positiv. Dann müssen die Geimpften in Quarantäne. Und die Ungeimpften eben nicht. Ja, das ist das, was ich von meinen Patienten in den letzten vier Wochen vermehrt höre. Geimpfte trotz Boosterung müssen zur Not nach dem dritten oder vierten Mal positiv getestet in Quarantäne. Und die sind mittlerweile richtig fuchsig. Die stellen nämlich die Sinnfrage. Ja, warum kriegen Ungeimpfte nichts und warum kriegen Geboosterte etwas und müssen in Quarantäne? Also im Prinzip jetzt das vierte Mal bestraft. Die Impfung, die Auffrischung, die Boosterung und Quarantäne. Ja, und warum darf man das nicht mal erwähnen? Und warum darf ich nicht erwähnen, dass sich die Patienten drüber aufregen? Die regen sich zu Recht auf. Ich würde mich da auch aufregen. Denn mittlerweile sind hier bei uns im Ort zwei Praxen mittlerweile wieder auf. Aber wegen Quarantäne geschlossen worden, weil eine dreifach geimpfte Angestellte positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Das möchte ich in meiner Praxis nicht haben. Das geschlossen ist und dass ich meine Patienten nicht behandeln kann. Unter dem Strich, das war heute ganz kurz knackig, ich werde meiner Aufklärungspflicht weiter nachkommen. Und werde mich überhaupt nicht bremsen lassen. Und wenn mir was aufgefallen ist, was ich anderen Kollegen und vielen Patienten sagen kann, worauf man achten muss und wie man sich verhalten soll, dann werde ich das weiterhin tun. Weil es meine Pflicht ist. Ich mache mich sonst gegenüber den Patienten strafbar, eventuell strafbar. Und um das zu umgehen, werde ich genauso bleiben, wie ich bin und genauso weiter handeln, wie ich das gemacht habe. Ich bin da in einer kleinen Zwickmühle drin. Freut euch auf Samstag. Ich werde da nochmal so richtig Dampf machen. Und tut mir bitte einen Gefallen. Es sind natürlich jetzt tausende von Abonnenten von YouTube ein bisschen nass geführt worden durch diese Aktion. Aktionen, die haben jetzt natürlich nicht mehr so die Möglichkeit, mich irgendwo zu empfangen. Ja, weil sie nur auf YouTube fixiert sind. Deswegen bitte. Hoffentlich kann man es erkennen. Ich habe es gerade mal runtergeschrieben. DocUli.TV. Das ist immer noch über YouTube zu erfahren. Oder Doc-Uli.TV. Dann DocUli auf Facebook und auf Telegram. Läuft weiterhin. Aber wenn ihr Kontakt habt mit Eltern und so, die nur auf YouTube gucken, Kontaktiert die bitte und teilt das wie Bolle. Punkt.TV ist YouTube und empfangbar. Da kommen sie Gott sei Dank noch nicht dran. Wie gesagt, ich werde meiner Aufklärungsricht weiter nachkommen. Weil wenn ich das den Patienten verschweige, ist das für mich sehr unangenehm und für die Patienten noch erheblich unangenehmer. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Teilt es und informiert die anderen. Und danke fürs Zuhören. Wir sehen uns und hören uns am Samstag. Bleibt mir wohl gesonnen. Bleibt positiv von der Einstellung, aber negativ getestet. Und tschüss.